so wo geht es hier hin erstmal da reinschauen ja gut dass das konnte ich jetzt wirklich nicht wissen der festbrennstoff blinden munizieren da könnte man sich wieder tape anschauen wir haben alles gesehen ja hinein sortieren gut dann speichern wir hier mal ab gott dann können wir absprechen alles klar dann schauen wir da weiter zuerst mal da lang ok und so schnell führt uns der weg wieder zurück in den safe room so die frage ist erstmal was macht mit der flüssigen chemikalie könnte uns alles machen theoretisch sogar psychotonikom was wir eigentlich nicht machen dem haben wir genug pistolen munition ich glaube ich mache das wieder normale pistolen munition ähm schießpulver haben wir eh noch ein bisschen was weil von zack genau weil vom flammenwerfer haben wir eh noch genug brennstoff flammenwerfer haben wir noch mehr abspeichern weil es weil es kann gut dann schau mal schau mal dass wir jetzt weiter kommen schau mal jetzt automatisch abspeichern sehe ich gerade Alter, willst du mich doch forschen? Wir müssen auf jeden Fall da runter. Das mache ich jetzt schon wieder. Das nicht. Da haben wir echt 50 Kugeln, ich glaube ich mache es, Randgranaten mache ich. Perfekt. Da haben wir jetzt auch einige noch mal abspeichern, das sind aber den Speicherpunkt. So. Aber jetzt haben wir wirklich alles und ich glaube jetzt müssen wir da runter. So. Das was jetzt passiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist relativ cool, aber könnte auch relativ ungemütlich werden. Moment. Den hier. Okay. Zur Zeit passiert noch gar nichts. Ich ris... Ja gut. Ich wollte gerade sagen, ich riskiere es, aber ich habe mich natürlich anders entschieden. wieder Feuerbrennstoff für unseren coolen Flammenwerfer. unseren Do-it-yourself-Flammenwerfer. Was haben wir da oben noch? Batterie. Okay. So. Ich traue mich wieder mal. Kann man das nicht irgendwie anders ausrüsten? Das ist echt... Ich finde man nicht. Okay. 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 Ist es aber nicht so ernst, oder? Sag jetzt so nichts dazu. Okay. Wir sind aber immer noch ziemlich geheilt. Was? Was? Jetzt haben wir gedacht, okay, gut, das wird das gewesen sein. Da wird kein Sprengstoff mehr in einer Kiste sein. Zack. Und... Natürlich ist wieder einer drin. Ja, gut. So. Okay. Ah! Ladies und gentlemen, junge und Mädchen, willkommen beim Streitenkampf. Keine schmutzigen Tricks, gentlemen, wir haben Regeln. Du mich auch. Ich werde das mal ein wenig unkommentiert lassen, weil die Musik ziemlich geil ist. Ohm. Boah. War auch noch was anderes für die. Ich muss sagen, das Hetzag ist tot. Hetzag ist tot. Ach, er war so wie du, die mein Favorit wird. Okay. Das heißt, das war's. Okay, gut. Ich dachte eigentlich, da kommen jetzt noch viel mehr Gegner, aber es war dann doch nur die eine. Fetzag ist tot, Fetzag ist tot. Also, Lift, okay. Gut, das ging eigentlich. Zum Glück haben wir vom Granatwerfer ein paar Graketen oder Granaten gemacht. Das hat den Kampf ziemlich easy gemacht. Das ist... Ich weiß, wer das ist. So, auch immer unter den Tischen schauen. Das ist... Na, das ist nicht so. Pull over. So. Wir wissen, wer das ist. 1408. Du bist als nächstes dran. 1408 ist also der Code. Das ist... Also... Ich glaube, das dürfte klar sein, dass das der Glänze ist. Der Kameramann. Den wir im Video gesehen haben. Oh, eine dicke Mütze. So. Einmal herab. Ah, hier sind wir. War da nicht nur irgendwo? Nicht mehr? Okay. Gut. Jetzt legen wir ab. Was machen wir denn? Mach mal wieder mal Heilung. Oder Munition. Nehmen wir auch Heilung. Das nächste ist wieder Munition. Die kommt jetzt mal rein. Die kommt auch mal rein. Das kommt auch rein. Das behalten wir so. Na, das Messer werde ich jetzt nie mehr brauchen. So. Gut. Äh, 1408, gell? Da. Gut. Oh, Kumpel. Das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schubbeln. Den Mist, den du rumschleppst. Pack das alles weg. Na, super. Das muss ich alles dann wieder mitnehmen. Eben ein Foto machen sollen, wie ich das sortiert habe. Gut. Warte mal. Schade. Okay. So. Völlig nackt gehen wir da jetzt hinein. Schönen Tag. Ja, gut. Hier wären wir wieder. Wie gesagt, das kennen wir jetzt schon vom Video. Und das coole, finde ich daran, ist, dass wir könnten theoretisch alles, das alles, was Glänze gemacht hat, könnten wir jetzt wiederholen. Wie war das nochmal? Du musst ihn, genau, hier und durch. Genau. In Ordnung. Was willst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch. Ethan. Wortwahl, bitte. Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Evelyn? Fragezeichen. Aber ich glaube, der ist das wurscht. So, genau. Also, wie gesagt, wir könnten wirklich alles jetzt wieder machen. Das finde ich relativ cool. Sprich, wir könnten da Evelyn auch ein bisschen leiden lassen, indem wir da wieder den Luftballon hineinstecken und uns da wieder tätowieren lassen. Aber wir wissen ja im Endeffekt schon den Code, was wir aber tun müssen. Der Lukas hat das alles wieder aufgebaut anscheinend. Ach, jetzt. Gott sei Dank, okay. So, ähm. Jetzt sind wir wieder auf. So, und das machen wir so genau. So, hier sind wieder die ganze Luftballons, wo wir da irgendwo einer dabei sind, die wir mitnehmen können. Theoretisch. Aber, wie gesagt, wir wissen ja hier den Code schon. Deswegen geben wir den jetzt ein. Los. Sehr. Ja, hopp. So. Da hätte ich kommen, dass wir das jetzt sporen. So, jetzt nehmen wir wieder mit. Genau, da war der Luftballon eben. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt nicht. Das sporen werden Eve immer mal. Ähm. Ähm. Genau, jetzt können wir nämlich. Mal, wo war das zum Einstecken? Hier. Genau. Jetzt ist man, das war sehr abgedreht. Und aus dem Video wissen wir ja. Das hier. Ah, das können wir jetzt schon machen. Sehr nice. Da ist ein Holraum hinter dieser Wand. Genau. Da müssen wir dann durch. Gut. Dann. Jetzt tun wir die Kerze wieder an. Ja, ja. So, schnell weg, Evem. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Evem. Evem, du kennst das Video. Oh. Evem. Mist, 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 Mist. Mist. Ja, ja, ich weiß, dass du da mal vermisst. Aha. Okay, dann habe ich das anders in der Erinnerung gehabt. Gut, noch rein. Danke. Die auch. Müssen wir dann irgendwie... Warte mal, dann probiere ich mal was anderes aus. Und zwar zuerst müssen wir wieder mal zur Torte. Hey. So. Müssten wir vielleicht... In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte. Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, also auf ein Neues. Wir nehmen den Aufziehschlüssel mit. Jawohl. Ah, lässt sich nicht stopfen. Okay, vielleicht müssen wir da jetzt doch etwas mehr machen. So, bis das wieder mal brennt. Also, wir müssen das leider machen. Nehmen wir das wieder mal. So. Dann machen wir das wieder. Jawohl. Jetzt nehmen wir den Luftballon. So, da gehen wir wieder los ein. L, O, S, E und R. Dann steigen wir den Luftballon. So, das ist dann wieder mit. Okay, gut. Jetzt ist halt die Frage. Können wir vielleicht, warte mal. Ist ja mit der Kertz? Ne. Das können wir auf jeden Fall wieder abnehmen. Genau, da ist ein Hohlraum. Die Frage ist, was haben wir da nochmal gefunden? Was sonst? Jetzt machen wir doch nochmal alles. Dafür deswegen muss ich erstmal den Luftballon, der hier irgendwo lag. Hier. Jetzt setzen wir da wieder ein. Ivan, geh weg. Ivan, geh weg. Ivan, geh weg. Du hast das Video gesehen. Natürlich landet das auch genau an derselben Stelle wie bei Glänze. Ist ja logisch. Aber gut. Das müssen wir vielleicht mit der Fee da. Warte mal. Und das breitet sich hier immer mehr aus. Ich weiß nicht, stopfen. Ein Hohlraum. Okay. Wo war denn nochmal? Ah, warte mal. Ich weiß schon, wo das war. Was war hier? Jetzt kommt kein Wasser raus. Okay. So, nehmen wir das nochmal mit. Checken uns das Fernrohr. Genau. So, damit. Ha. Gehen wir hier nochmal durch. So, was war das? Hängt der Mann, der Vogel und die Embryo, genau. Woher hat man das jetzt verschieben kann? Lukas hat gesagt, ich soll eine, ja. Ne, guck. Ähm. Das. Das. Und. Der Embryo. Jo, kann man das da einsetzen? Auch nicht, okay. Lass mich noch mal verbrennen. So, das war der Puppenfinger. Ich muss alles probieren zu meise. Aber man kann ja da nichts einsetzen. Siehst du das Ding? Hm. Ja, okay. Wir brauchen trotzdem alles. Wo war die scheiß Puppe da hinten? So, da kriegst du den Finger wieder. Was? Passt nicht? Achso, weil man, gut. Man kriegst die Feder. Und dann kriegen wir ein schickes Tattoo. Was haben wir da einsetzen müssen? Ah, der Nachzicht ist so. Komplette Farbe sieht ja noch schlimmer aus. Die arme Lenke Hans von Ivan. So, ähm. Da gibt es jetzt nichts mehr. Dann. Dann, dann, dann. Ja, genau. Jetzt haben wir eigentlich alles wieder gemacht. Machen wir das nochmal. Und jetzt ist die Frage. Das Wohlraum lässt sich nicht stopfen. Können wir aber sonst nichts machen eigentlich. Also, dies nochmal. Wir könnten eins noch versuchen. Ah, dankeschön. Lächt sich nicht stopfen. Wohlraum. Okay, nein, das bringt auch nichts. Wir können einfach nur die Kerze da hineinstecken. Weil wir können dir jetzt auch nichts anzünden, ne? Oder da irgendwas anzünden. Oder da irgendwas. Ich glaube. Ich dachte gerade vielleicht, dass es nochmal aufdrehen, aber es geht auch nicht mehr. Ja, machen wir es einfach nur einmal. Schauen wir, was passiert. Also, wir wissen ja, was passiert, aber wir haben ja ein wenig Zeit. Schaut das, dass es einfach da einfach... Ah, doch, das geht. Okay, okay. Ah, aber da sind wir sicher. Oder? Ja, okay. Ich check's nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, das Ganze noch einmal. Ahm, können wir das... Nee. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst löniglich die Kerze anfünden und sie in die Taute stecken. Leg mich am Arsch! Ethan! Wortwahl, bitte! Schneller, schneller, schneller. Wir haben Kinder im Gebäude irgendwo, glaube ich. Eine Idee habe ich jetzt nämlich noch. So. Machen wir jetzt einen Abstand. Vielleicht dürfen wir den Aufziehschlüssel nicht mitnehmen. Weil sonst läuft das Gas aus. Das will sogar Sinn ergeben. So. Schneller, schneller, schneller. Na, die Wichtzeit. So, dann zum dritten Mal, eigentlich zum vierten Mal schauen, wenn wir das mit Glänze mitzählen. Das wird Loser hier eingeben. Das muss eigentlich sein. So. Das müssen wir mitnehmen. So. Das wird er... Was wird er abdrehen? Das ist sicher, das muss sein. Weil jetzt, wo wir den Schlüssel nicht mitgenommen haben, den Aufziehschlüssel verbreitet sich hier kein Öl. Und dadurch dürfte er auch kein Feuer entpacken. Entpacken. Theoretisch. Schauen wir mal. Ja, ja. Happy Birthday. Fuck, fick dich auch. Das sieht viel besser aus. Viel, viel besser. Scheiß, Kerl. Du solltest doch drauf gehen. Ähm. Das haben wir vergessen. Ah, okay. Gut. Schnell weg. Ich gehe lieber ganz weit weg. Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal. Oh, da war er gerade noch. Oh. Oh, da hat er ein Rage-Grid gehabt. So, da haben wir... Kann der Sessel bitte mal Ruhe geben? Karte des Versuchskiländes. Okay, ich glaube, wir haben da eh schon fast alles. Da könnten wir abspeichern. So, da haben wir eine Kiste. Da haben wir jetzt diese... Schauen wir uns das mal an. Ja. Ja. Mia. Ja. Ja. Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Sind bei dem Raum da. Beeil dich. Furcht blöd. Ethan. Was willst du, verdammt? Dich. Tot. Schätze, dass es nicht drin ist. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh. Das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Sag einmal, kann der Sessel jetzt einmal Ruhe geben? Gibt's ja nicht. So, da haben wir den Kopf der D-Serie. Wir haben ja für Serum brauchen. D-Serie Kopf. Endlich. Ja, ist ganz glatt, son. Das ist ganz glatt, son.